einen wunderschönen sonntagmorgen meine lieben wir haben mittlerweile schon den 9 august ich hoffe euch geht es gut und wir starten voller elan in einen neuen tag mit zwei wundervollen armbändern heute hier haben wir das granit und lavastein armband mit den wundervollen strass elementen dazwischen und das ist dein glanz es zeigt einfach deinen selbstwert und deine selbst achtung auch auf und dass deine intuition auch immer gestärkt bleibt das wundervolle armband intuition mit dem engelflügel als ja sagen wir highlight der wundervollen galvanisierten perle und monstein gemeinsam mit mattem rosenquarz das ist einfach für dich deine weiblichkeit und auch deine intuition stehen kann wie immer alle wundervollen energie armbänder ketten und vieles mehr findet ihr auf www.spiritual-shop.de und auch da bekommt ihr natürlich alles persönlich energetisiert jetzt schauen wir hinein in diesen sonntag die liebe in die finanzen und das highlight wie immer ich würde sagen wir beginnen heute mit finanzen und beruf und dafür nehmen wir die memoria karten sonnenkind tochter sohn des licht das ewig goldene kind lebt in dir strahle das licht des himmels in diese welt du bist das licht und das gemeinsam mit tan atara das licht der glückseligkeit glückseligkeit die niedrigste schwingung der neuen zeit ist die glückseligkeit die der leichtger der lichtgeist über den wassern der alles erleuchtet das zeigt schon mal sehr stark auf dass heute sehr viel klarheit in ungewisse dinge gehen wird und darauf legen wir sofort deinen glanz weil wir wollen ja deinen glanz in den finanzen und auch im beruf haben hier liegt auf jeden fall ein wenig leichtigkeit mehr in den finanzen ganz ganz wichtig ist auch dass du erkennst dass du für deine finanzen gerade stehen musst du persönlich solltest natürlich bei dir sein du solltest natürlich auch deine finanzen fest im griff haben gib sie heute nie an niemanden weiter sondern bleibt da bei dir geh für dich in dich und vor allem erkenne auch was daran der weg in deinen persönlichen reichtum ist aber auch in deine persönliche berufung du bist das licht zeigt immer auf dass du die richtigen impulse bekommst immer dann wenn du sie gerade brauchst gerade heute am sonntag wirst du erkennen dass du sehr viele impulse für finanzthemen bekommst vielleicht kommen auch alte finanzthemen heute noch mal sehr sehr stark hinaus ans tageslicht aber das licht der glückseligkeit zeigt dir auch dass auch wenn du niedrig schwingend heute bist alles erleuchtet wird dein gesamtes finanzbild wird heute durch in die lupe genommen und das zeigt auch wundervoll auf ja dass hier sehr vieles aus der unklarheit in die klarheit gehen wird durch die öffnung und diese ehrlichkeit zu dir selbst und diese festigkeit wieder bei dir selbst wirst du auch die stärke die finanzkraft wieder erkennen können und die wird sehr vieles unklares wieder klar werden jetzt musst du nur noch sagen dass dafür sorgen dass du diese stärke auch bei behältst und wie geht das denn nun zum einen bleibt der geldfluss bestehen heute aber ein bisschen geld zurückhalten heute nicht unbedingt in die ausgabe gehen sondern sortieren gehe heute auch vermehrt an papiere dann stärkt dass sich einfach noch mehr bei dir dass du erkennen kannst in welche richtung jetzt dein finanzweg läuft beruflich gesehen wirst du heute sehr sehr starke impulse bekommen wie du in der zukunft verwalten möchtest verweilen möchtest aber natürlich kannst du die glückseligkeit hier benutzen um neue berufliche ziele anzusetzen wenn du jetzt eine weiterbildung planst es wird dich alles stärken alles was heute von impuls aus bei dir weg geht kannst du sehr sehr gerne jetzt in deine neue starke finanzkraft und berufskraft fließen lassen und das ist wundervoll wenn wir den tag so starten können schauen wir mal in die zwei engel die die liebe bewachen heute der engel der seele ist an deiner seite wo auch immer du bist dieser engel ist der geheimnisvollste engel er hat die eigenschaften die nur du kennst und die du für dich behalten solltest er ist ein ganz persönlicher engel und der engel aller herzenswünsche der ist auch bei dir wo immer du auch gerade bist er lässt dich deine tiefsten wünsche und träume erkennen und gibt dir die hoffnung und den glauben daran dass sich alles was du dir tief im herzen erhoffst zur rechten zeit erfüllen wird herzenswünsche werden wahr und wie gerne hört man das denn in der liebe zum einen ist der engel der seele an deiner seite der zeigt einfach auf welche attribute stärken dich welche attribute musst du an dir noch ein bisschen genauer unter die lupe nehmen um in deinem vollen glanz zu sein vergesst nicht das armband das hilft auch sehr dabei und welche attribute kommen in frage dass du auch wieder vergebung lernst und natürlich auch die heilung in dir erkennst und dann kommt noch der engel der herzenswünsche dazu der einfach auf zeigt wie leicht das leben sein kann wenn die dinge so erfüllt werden wie man sie sich wünscht und das kommt heute alles sehr sehr unverhofft zeigt dir aber eine klarheit deiner deines liebeslebens auf und das für die nächsten sechs monate heute wird sich sehr viel erfüllen und auch sehr sehr viel in die festigung gehen denn hier haben wir die sterne die einfach aufzeigen dass deine zukunft in ganz ganz glasklarer energie liegt auch sexuelle energie ist hier nicht mehr geheimnisvoll sondern darf ausgelebt werden jetzt musst du nur noch erkennen dass du persönlich dafür verantwortlich bist manchmal die impulse zu setzen und somit auch wirklich jeder eigene geschichte geschichte zu schreiben wenn du nämlich nämlich jetzt bei dir diese klarheit auch erkennst heute auch diese klaren herzenswünsche aussendest dann kriegst du alles was du im leben jemals wolltest auch als liebespartner oder in der beziehung in der du gerade bist wirst du genau diese aufmerksamkeit diese zärtlichkeit diese berührungen all das was du dir die ganze zeit gewünscht hast werden dann in erfüllung gehen da der engel sehr spirituell ist und natürlich eines der höchsten wesen geben wir noch den amethyst ein bisschen drauf dass du auch deine spiritualität annimmst und natürlich auch erkennst welche impulse deine engel dir mitgeben wollen highlight step des tages all must have prices trying to please everyone also alles hat seinen preis du kannst dich nicht für jeden jeden entschuldigen aber natürlich sollst du hier auch erkennen dass es hier tatsächlich um das thema vergebung sehr sehr stark gehen wird und da die vergebung zu dir selbst natürlich dass du deine finanzen vielleicht nicht selbst im griff hattest und hier alles was deinen weg bisher in die irre geführt hat in der liebe dem darfst du auch vergeben und wake up it's your moment ganz genau wache auf es ist dein moment das ist deine zeit die jetzt gekommen ist darum ist auch der engel der seele an deiner seite ist es sehr sehr schön du kannst jetzt erblühen in deinem sein denn in der liebe wird alles gut in den finanzen haben wir die finanzkraft und die stärke bei dir die liebe tun wir noch mit der intuition gerne in die heilung bringen dass du auch weißt wann du intuitiv handeln sollst sehr sehr schön und es ist einfach jetzt deine zeit angebrochen dein inneres kind freut sich oder nicht so ja doch dein inneres kind freut sich gesehen zu werden da liegt noch eine mutter thematik die dürfte in die vergebung bringen da wird ein ganz ganz großer brocken emotion auf ja aufgelöst welcher nicht so positiv war aber deine neu gewonnene leichtigkeit zeigt auch dass die ängste und blockaden jetzt fallen werden gefühlstechnisch wirst du hier momente haben heute die dich ein bisschen beängstigen werden weil es für dich neu ist es ist für dich neu zum beispiel dich frei zu fühlen dich leicht zu fühlen aber natürlich ist es auch neu für dich emotionen sofort so wahrzunehmen wie sie wirklich sind aber du bist eben ein sonnenkind vergess das nicht und als sonnenkind darfst du auch das licht in dir erkennen du wirst erkennen dass alles seinen preis hat und jede trauer jede freude hat einen grund und du sollst heute für dich um in die freude zu kommen in die in die vergebungsarbeit gehen dann wirst du auch sehen dass der engel der seele sehr sehr stark dabei steht und auch bei dir selbst die fehler anerkennt und diese auflöst das licht der glückseligkeit zeigt dir auch auf dass es leicht zu fassen ist und dann heißt es aufwachen jetzt ist dein moment jetzt nicht mehr zögern sondern handeln und dann gehen auch deine herzenswünsche in erfüllung und das ist das was ich so wundervoll finde auch der engel flügel passt perfekt dazu gerade denn durch das öffnen werden die wolken wegziehen die wolken standen nur da weil du wirklich blockiert was finanziell blockiert in der liebe nicht ganz im selbstwert und du warst einfach nicht in der vergebung aber das geht jetzt so ratzfatz weg wie du es auch damals aufgebaut hast und hier haben wir ein neues kapitel in deinem leben und das ist deine eigene stärke zurück zu erlangen deine persönliche männliche seite ein bisschen aufzufrischen und hier auch das kind in dir gehen zu lassen der mond zeigt dir dabei auf dass du dort in dem neuen zyklus nun schön wandern kannst aber auch deine emotionen jetzt in die klarheit gehen und somit aufzeigen dass sie ja die stellen du darfst jetzt nach den sternen greifen sagen wir es einfach so in diesem sinne wenn du deine eigene persönliche kartenlegung mit mir gerne hättest dann schau doch vorbei auf www.timus-lichtblick.com wenn du eines der armbänder oder anderen heil und energieschmuck gerne betrachten würdest dann schau vorbei auf www.spiritual-shop.de ihr findet jeden link von mir unten in der infobox schaut rein kommt vorbei ich freue mich auf euch und um 13 uhr gibt es auch wieder das wochenorakel einen schönen sonntag euch meine lieben